ÖPNV-Videos Guten Morgen liebe BSVG Ja, mir ist ja zu Ohren gekommen, dass einige Straßenbahnfahrer meinen Kanal entdeckt haben und ich habe eine kleine Information für diese Fahrer Ich finde es ganz lustig eigentlich Ich habe jetzt einen Zweitkanal eröffnet, wo ich auf diesem Kanal dann alle ÖPNV-Videos veröffentlichen werde denn ich finde es einfach besser, wenn auf diesem Kanal ein Themengebiet drankommt und nicht alles durcheinander und gemischt ist Ich denke mal, das ist für alle besser, für meine Zuschauer ist das da wahrscheinlich besser weil natürlich interessiert sich nicht jeder Zuschauer von mir für Straßenbahnen- oder Busvideos Ist ja auch voll verständlich und deshalb habe ich jetzt diesen Zweitkanal eröffnet Dieser Kanal heißt ÖPNV-Videos, der ist unten in der Videobeschreibung einmal verlinkt und oben rechts auch einmal Da könnt ihr dann gleich draufklicken, wenn ihr euch dafür interessiert da würde ich mich sehr freuen und ja, für alle, die sich dann für ÖPNV-Videos interessieren können sich dann gerne diesen Kanal anschauen um dann halt einfach ein Themengebiet zu sehen Das ist für alle, denke ich mal, besser und dann kapiert der YouTube-Algorithmus auch mal dass auf meinem Kanal diese eine Sache drankommt und nicht alles gemischt ist Ja Leute, tatsächlich ist es bei dem YouTube-Algorithmus so dass er erkennt, was für Inhalte auf einem Kanal kommen und wenn dann immer alles durcheinander ist dann kapiert dieser Algorithmus natürlich nicht in was für eine Kategorie er diesen Kanal einstufen soll und ja, deshalb würde ich sagen, das ist für alle besser für die Leute, die sich dafür interessieren wie gesagt, schaut einmal in die Videobeschreibung und das war's eigentlich Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag und auch an die Fahrer der BSVG denn ja, da gibt es auch wie gesagt einige mit denen unterhalte ich mich sehr freundlich mit denen verstehe ich mich ganz gut und ja, das ist dann wie gesagt für alle besser In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder Bis dahin und Tschüss Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020